Und damit willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Hier ist ein Prinzessin Peach Brief oder ein Brief von der Prinzessin Peach. Ihr wisst was ich meine, es gibt wie immer 5 Leben, 5 One-Ups, warum soll ich einfach sagen, 5 One-Ups, nein. Ein One-Up beigefügt, 5 Stück, nehme ich doch gerne. Man weiß ja nie, wofür man so einen One-Up gebrauchen kann. So. Gut Leute, ähm, ich hab immer noch den Brief gefunden, den ich mal von Luigi bekommen habe. Äh, jetzt bin ich gerade falsch gelaufen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Komm Mario, du musst dir da hoch, komm her. Musst du laufen ganz schnell hier ran. So, und jetzt musstest du hier rein. Genau, hier musstest du rein. Und dann musstest du jetzt gucken. So. Ich hasse mein Leben. Tempokomet. Um wieviel wollen wir wetten, dass es die beschissenste Strecke ever ist, die jetzt hier mit einem Kometen passiert. Ah, verdammt. Egal. Tempomodus. Umdrehböden. Och, nein. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch Zeitdruck oder sowas. Nein, haben wir nicht. Aber sie sind super schnell. Wow. Halt, stopp. Hier ist keiner. Dafür ist der andere hier. Puh, ich lebe. So, und jetzt nochmal schnell hier rum. Halt, wir gehen hier lang. Nein, wir gehen da nicht lang. Autsch. Ah, Remario, was machst du? Musst du dich beeilen? So, jetzt machen wir es mal andersrum. Ha, 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 ha. Ich lasse mich doch nicht von so einem Spiel verarschen. So. Tja, du blöde Spiel. Denkst wohl, du kannst dich veräppeln, hä? So, die nehmen wir mit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier war. Wah, Hilfe. Das trifft es auf den Kopf. Arsch. Ja, Mario, du hast es definitiv drauf. Okay. Jetzt werde ich aber definitiv für eine Münze. Nein! So war das erst recht nicht geplant, lieber Mario. Ich glaube, du hast ein bisschen was von uns verstanden. Nein. Ich hoffe, keiner sagt jemals, Spiel bitte Mario Galaxy 2. Erstens, ich habe das Spiel nicht. Ich müsste es dann emulieren. Und zweitens, ich wüsste gar nicht, ob das überhaupt dann funktioniert. Mama. Ich hoffe, es wird niemals in irgendeinen der Kommentare auftauchen. Aber, 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 die gute Nachricht ist, ich muss nicht an meinen Blutdruck denken, denn der ist immer noch weiterhin ganz niedrig. Hust, hust. Zwinker, zwinker, Corti. Ähm. Und hier unten lang. Okay. Hui. So, jetzt muss ich genau überlegen, was ich mache. Okay. Hehehe, ausgeträgst. Jetzt muss ich gerade überlegen, gehe ich jetzt hier oben lang oder gehe ich unten lang? Okay. Nein, wir machen es nur noch einmal anders. Bäh. 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 Verarscht. Moment, das Ding hat mich auch verarscht. Irgendwo habe ich den Knopf vergessen. Ich habe doch alle. What? Ich muss doch alle haben. Es geht doch gar nicht, dass ich gar nicht alle habe. Arsch. So, hier habe ich alle. Ah, nee, da ist noch einer. Au. Okay. Nein. Komm, Droh, ganz ruhig. Okay. Jetzt nur überleben. Nein. Warum? Warum machst du das, Mario? Warum? Warum tust du mir das an? Das hat Mario mit Absicht gemacht. Jetzt sagt mich, das ist mein Skill. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Ich dachte, ich schaffe das. Ja, ich bin gerne lebensmüde, aber das war echt, äh, mehr als lebensmüde. So. Hui, ich lebe. Okay. Okay, Mario, jetzt konzentrier dich. Haha. So. Arsch. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Oh, nein. Okay, gut. Den akzeptieren wir so. Was? Da fehlt noch einer? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Oh, danke. Okay. Die bewegen sich nicht mehr. Wow. Ja. Okay, Mario. Jetzt holt ihr ja den Stern und... Wow. Es gibt Level, die muss man einfach hassen. Und es gibt dieses Level. Die hasse ich noch viel mehr. Nee. Speichern, nee. Okay. Ähm. Bevor wir jetzt den finalen Bowser-Kampf machen, gucken wir mal, ob wir noch irgendwo einen Kometen finden. Hallo. Danke. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Vielleicht findet sich hier irgendwo noch einer. Rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass jedes Level einen Kometen hat. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Woppa. Danke fürs Runtersetzen. Oder wieder hochsetzen. Schnell rüber. Okay. Schnell rüber. Okay. 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 Also scheinbar nicht. Hm. Okay. Das war jetzt stichprobenartig, ne? Aber wir können ja mal gucken, wo gerade ein Komet ist. Ich glaube, dafür gab es doch hier extra so einen Kometen-Luma. Der da. Lalalalalala, wenn du etwas über Schabernach-Kometen erfahren möchtest, frag mich einfach, soll ich dir etwas über die Kometen ja sagen oder nicht? Äh, sind lästige Dinger, die verwandeln in Galaxien völlig andere Orte. Rote Kometen begrenzen die Zeit, die anderen Rekometen begrenzen deine Lebenskraft und Schattenkometen lassen dich in einen Rennen machen und deine Gegner schneller. Den Rest musst du selbst herausfinden. Ja gut, aber ich würde jetzt gerne die bewegen. Wenn irgendwo was möglich ist. Beweg sie mal. Na los. Gut, komm. Oh cool, ich brauche nicht mehr mit selber schießen, das ist praktisch. Und mit 20 Stück kann man leben. Ja gut, hier ist jetzt gerade keine Komet gewesen. Aber irgendwo ist hier noch in der Richtung etwas. Halt. Wie komme ich an das Level da unten ran? Rosalina, kannst du mir helfen? Ja. 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 Okay. Äh, ich glaube wir haben uns da ein bisschen mitverstanden. Achso, verdammt. Nette Raumstation. Hm. Genau, erstmal alles hier platt machen. Go Mario. Go Mario. Ah ja. Ja. Ich glaube eigentlich ist da noch ein Level. Ich glaube da wurde etwas missverstanden. Oh, verdammt. Nun gut. Ich kann das andere dann eh noch machen. Das Schicksal des Universums. Also das ist die finale Festung, ja? Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Das ist ja mal mega unfair. Hier wird die Gravitation geändert. Durch die... Nein! Aber ich bin genau auf den einen Pixel getreten und der Pixel war nicht gut für mich. 言. horgerisch. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Los klar. Tschtss. Hal.